Moin Leute, vor kurzem haben mich über unser Forum diese Bilder hier erreicht und ihr seht, wie ein Selbstbau Lithium-Eisenphosphat-Akku in einem Keller Feuer gefangen hat und wie die hochgiftigen Dämpfe durch das ganze Haus gegangen sind. Als allererstes ist es niemandem irgendwas passiert, aber es ist vermutlich ein sehr großer Sachschaden entstanden und die Ursache für den Brand ist uns nicht bekannt. Also ob es zum Beispiel die Akkus selber waren, ob der Aufbau nicht okay war oder ob etwas anderes gebrannt hat und die Akkus halt erwärmt hat von außen. Ich möchte heute aber auch gar nicht spekulieren, sondern euch heute erklären, was so wissenschaftsmäßig eigentlich Sicherheit bei Akkus bedeutet und wie man diese messen kann. Und dass auch vermeintlich sichere Akkus, wie zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat, die wirklich bei uns sehr beliebt sind, zwar sicherer sind, aber trotzdem nicht ungefährlich und nicht explizit sicher. Also da gibt es Unterschiede und das will ich euch heute alles nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Ja, fangen wir erstmal mit ein bisschen Action an, damit es Spaß macht. Was muss eigentlich alles passieren, damit so ein Akku überhaupt anfängt zu brennen? Und der Akkushop GWL hat hier mal ein paar krasse Experimente mit der Feuerwehr gemacht und die sind ziemlich cool, um zu verdeutlichen, wie stark sich die unterschiedlichen Lithium-Akku-Zellchemien unterscheiden. Ja, es gibt wirklich unterschiedliche Lithium-Akkus, also unterschiedliche Zellchemien. Das erkläre ich euch aber gleich nochmal im Detail. Jetzt reicht es erstmal, dass ihr wisst, es gibt verschiedene und dass die unterschiedlich reagieren. Getestet werden jetzt Lithipo-4 oder Lithium-Eisenphosphat-Zellen oder ganz kurz LFP. Das sind wie diese typischen Zellen, die wir in der Photovoltaik verwenden. Dann wird noch ein Lipo-Akku, also sowas, was ihr zum Beispiel in eurem Handy drin habt. Und dann wird noch ein Exot getestet, das ist dann ein sogenannter Lithium-Titanat-Akku, kurz LTO und das ist der robusteste von allen. Und jetzt könnt ihr euch mal reinziehen, was da eigentlich passiert. Ja, was ist das allererste, ja? Überladen. Das heißt, wenn ich so ein Akku hat, eine maximale Spannung. Und ich kann natürlich auch einfach weiterladen, also ich erhöhe die Spannung weiter und dann wird er immer voller. Und das geht natürlich eine ganze Weile lang gut und irgendwann geht dann die Action ab, wie ihr hier sehen könnt. Und hier unterscheiden sich die Akkus halt auch schon sehr krass. Der nächste Punkt ist über Lasten oder Kurzschluss. Also das heißt, ich schließe einfach eine Last an den Akku an oder einfach einen super geringen Widerstand an, hast du gesagt. Und der Akku muss dann liefern, was er kann. Also einfach alles, ja? Im einfachsten Fall einfach einen Schlüssel dazwischen oder ein Stück Metall und das Ding dann volles Rohr kurzschließen. Bei einem Lipo-Akkus haben die das hier nicht getestet. Der hätte vermutlich aber sehr, sehr empfindlich darauf reagiert. Ich denke, dass er explodiert wäre. Aber selbst die beiden sicheren Zelltypen LFP und Lithium-Titanat, seht ihr, auch die dampfen hier schon. Also auch die gasen aus. Da passiert auch schon was. Jetzt hier im nächsten Clip geht es um mechanische Beschädigung. Also in dem Fall hauen die einfach volles Rohr mit der Axt drauf, schlagen ein Loch in das Teil und gucken, was passiert. Und hier seht ihr auch wieder ein ähnliches Bild. Die beiden, also Lithium-Titanat und LFP reagieren relativ milde im Verhältnis. Und der Lipo-Akku, der reagiert halt schon ziemlich stark, wie ihr sehen könnt. Und der letzte Test, den die gemacht haben, das ist Erhitzung. In diesem Test werden dann quasi die Zellen mit einem Flammenwerfer erhitzt. Das ist halt schon ziemlich ordentlich. Bei dem Lipo-Akku, seht ihr, die Reaktion ist super krass. Das explodiert praktisch. Beim Lithium-Titanat-Akku passiert rein gar nichts. Und bei dem Lithium-Eisenphosphat-Zellen hat man auch eine geringe Reaktion. Aber es ist auch eine da, wie ihr sehen könnt. Ja, okay. Ihr habt jetzt hier erstmal so optisch einfach gesehen, also als Videoclip, wie krass die Unterschiede eigentlich sind. Um das Ganze jetzt mal auf die Spitze zu treiben, das habe ich nämlich selber mal ausprobiert und so einen Lithium-Titanat-Akku genommen und mehrfach durchbohrt mit der Bohrmaschine. Und die Kiste, seht ihr hier, die hatte vier Löcher und trotzdem hatte die noch genug Saft, um ein Draht zum Glühen zu bringen. Leider sind die Dinger sehr teuer und verhältnismäßig voluminös. Aber ansonsten ist es eigentlich eine ziemlich coole Zellchemie, die wirklich, also jetzt hier tatsächlich erheblich sicherer ist als die anderen, wie ihr sehen könnt im Live. Okay, das war jetzt alles mega spannend und ich meine, es sieht auch cool aus, es ist auch eindrucksvoll. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Ja, besonders in Bezug auf die Lifepo-4-Zellen oder LFP, die wir alle sehr, sehr gerne benutzen. Kann also trotzdem zum Beispiel ein Brand entstehen und wie sieht es aus mit Gasen, die da raustreten? Wie heiß und wie giftig sind diese Gase? Wie viel Gas entsteht und was heißt das alles? Ja, ihr habt ja gesehen, dass jetzt irgendwie Lithium-Akku nicht gleich Lithium-Akku ist. Es gibt verschiedene Zellchemien und die unterscheiden sich sehr stark voneinander. Typische Zellchemien sind Lithium-Mangan-Kobalt-Oxid, kurz NMC, Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid, kurz NCA oder Lithium-Eisenphosphat, kurz LFP. Das beschreibt praktisch die chemische Zusammensetzung der Kathode und hat massiven Einfluss auf das Verhalten des Akkus. NMC und NCH sind super häufig in Handys zu finden, in E-Bikes, in Autos und so weiter. Sie sind wirklich ziemlich häufig im Moment im Umlauf und die haben eine sehr, sehr große Energiedichte. Also das bedeutet, einfach gesagt, bei gleichem Speichervermögen sind die halt super klein und sehr leicht. Also im Verhältnis zu anderen Akkus wie LFP zum Beispiel. LFP ist halt eher für stationäre Anwendungen gedacht oder dort zu finden, da die einfach günstiger sind, länger haltbar und dafür auch größer und schwerer sind halt im Vergleich. Das ist halt der kleine Nachteil, den man dann in Kauf nehmen muss. Aber für jetzt zum Haus oder irgendwie, was weiß ich, im Keller stellen, ist einem das ja relativ egal. Ja, und was uns heute besonders interessiert, ist natürlich der Punkt sicherer. Ja, was heißt das eigentlich? Das Thema Sicherheit ist verdammt komplex, aber einen Punkt möchte ich euch heute einfach mal vorstellen. Und zwar habe ich diese unfassbar spannende wissenschaftliche Veröffentlichung aus 2015 der Uni Graz, Warta und noch anderen zu dem Thema gefunden. Hier wurde getestet, wann und wie stark eine LFP-Zelle im Vergleich zu einer NCA-Zelle mit einer erheblich höheren Energiedächte beim thermischen Durchgehen reagiert. Thermisches Durchgehen bedeutet eigentlich für die meisten umgangssprachlich gesagt Brennen. Ein bisschen exakter formuliert bedeutet das, dass sich die Zelle ab einem gewissen Punkt quasi selbstständig erwärmt und dann unkontrollierbar wird. Also dann im Zweifelsfall brennt, ausgast oder sogar explodiert. Bei Lithium-Akkus lässt sich das meistens nur noch durch Kühlung, also durch äußere Kühlung unterbrechen. Also was haben die Wissenschaftler jetzt eigentlich gemacht? Die haben quasi die verschiedenen Zelltypen mit verschiedenen Ladezuständen in einem Backofen gesteckt, also einem coolen Backofen, mit dem man sehr gut messen kann. Und ja, das Ding dann einfach gebacken, sozusagen. Und dann geguckt, was passiert ist, ja. Die haben dabei gemessen, wie hoch die Temperatur ist, also wann der thermisch durchgeht, wann das anfängt, wie die Maximaltemperatur ist beim Brand und auch wie viel Gas eigentlich austritt. Das haben die irgendwie alles getestet bei verschiedenen Ladezuständen, also mit einem vollen, mit einem leeren Akku irgendwie dazwischen und einfach geschaut, was passiert. Und das zeige ich euch heute, denn das ist wirklich eine spannende Sache. Ja, zieht euch dieses Bild hier rein. Ihr seht jetzt hier auf der Horizontalen, wie voll der Akku für den Test war, also in Prozent quasi. 0% wäre quasi komplett leer und 100% wäre quasi komplett voll. Es gibt auch überladene Akkus, hatte ich euch eben gesagt, das heißt, ich kann über die spezifizierte Spannung vom Hersteller gehen und dann wäre ich dann bei 120% oder so. Das geht tatsächlich auch. Auf der vertikalen Achse seht ihr, welche Maximaltemperatur erreicht wurde. Also wenn das Teil dann so thermisch durchgegangen ist, wie heiß ist es maximal geworden in dem Test? Und ihr seht jetzt hier, dass das ein verdammt krasser Unterschied ist. Das Erste, was man so sieht, ist, dass der Ladezustand halt mega wichtig ist. Also je voller der Akku, desto heftiger die Reaktion. Das heißt schon mal im Umkehrschluss, wenn ich einen Akku lagern oder transportieren will, dann ist es besser, den in einem niedrigen Ladezustand zu transportieren oder zu lagern. Nicht komplett leer, das mögen die nicht, aber eher niedrig. Das erhöht die Sicherheit enorm. Außerdem seht ihr natürlich, und das ist auch mega auffällig, dass die NCA-Hakkus die Maximaltemperatur viel, viel höher liegt als die der LFP-Akkus. Bei den LFPs wird hier maximal eine Temperatur von 440 Grad ungefähr erreicht und das auch erst ab einem sehr, sehr hohen Ladezustand. Bei NCA-Akkus steigt die Maximaltemperatur sehr stark an und geht dann auf über 1000 Grad Celsius. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Alles klar, aber wann fangen die Dinge eigentlich an, thermisch durchzugehen? Sieht man auch da Unterschiede und dafür zieht euch mal diese Grafik rein. Das sieht jetzt ganz anders aus, weil das in einem breiten Bereich relativ ähnlich und konstant ist. Also im vollständig entladenen Zustand passiert sogar gar nichts, aber eine Minimalladung ist quasi immer nötig. Das bedeutet aber auch, dass die getesteten LFP-Zellen durchaus ähnlich anfangen zu reagieren. Also wie andere Zellchemien halt auch, aber dann weniger stark reagieren. Bei einer Überladung ändert sich die Kiste aber auch total. Seht ihr auch, also wenn wir so ganz rechts gucken, bei 143% Ladung, was jetzt auf gar keinen Fall nachmachen, das ist wirklich gefährlich, sinkt die Temperatur der NCA-Zelle auf 65 Grad Celsius. Also ich meine, das ist wirklich nicht viel, das kann tatsächlich mal erreicht werden. Und dann fängt die halt schon an, thermisch durchzugehen. Ansonsten halt im Normalbereich, also wo wir die eigentlich betreiben sollten, liegt der Bereich eher so bei 140 bis 150 Grad Celsius und das sollte ja im Normalfall nicht passieren. Ja, und jetzt reagieren die Dinger halt natürlich. Nehmen wir einfach mal an, es passiert. Und ihr seht jetzt hier in den Bildern der Freiwilligen Feuerwehr, dass hier hauptsächlich eine Rauchentwicklung stattgefunden hat. Und die selbst haben geschrieben, dass bis zu ca. 300 Grad Celsius erreicht wurden. Mit anderen Zellchemien wären hier deutlich höhere Temperatur erreicht worden. Und das wäre möglicherweise auch dann schlimmer ausgegangen. Wissen wir natürlich nicht, ist Spekulation jetzt. Aber ich vermute, wenn das jetzt 1000 Grad gewesen wären, wäre es vermutlich nicht ungefährlicher gewesen. Das passt also aber auch trotzdem ganz gut zu den LFP-Messungen, die wir eben gesehen haben. Also auch das scheint jetzt hier irgendwie zu passen. Man sieht jetzt aber auch diese starke Rauchentwicklung. Ja, und wie sieht es eigentlich damit aus? Denn das haben die Wissenschaftler ebenfalls gemessen. Und ihr seht jetzt hier, wie groß die Menge ist an produziertem Gas. Und bei höherem Ladezustand entwickelt sich bei der NCA-Zelle zum Beispiel auch immer mehr Gas. Vermutlich aber auch durch die stärkere Reaktion. Bei der LFP-Zelle ist das nicht der Fall. Die Gasentwicklung bleibt relativ konstant, wie ihr sehen könnt. Die Wissenschaftler haben aber auch das Gas gemessen, also geguckt, woraus besteht es eigentlich. Also so gut sie das halt konnten. Und da kam raus, dass halt relativ viel CO2 dabei ist. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Aber es sind auch ein paar Kohlen-Wasserstoff-Verbindungen dabei, die potenziell giftig sind. Also das heißt, und auch explosiv, auch Wasserstoff wird entwickelt. Das heißt irgendwie für die Feuerwehr ist das zum Beispiel sehr wichtig zu wissen, dass man da aufpassen muss. Die Gase könnten sich im schlimmsten Fall nochmal entzünden. Also auch das ist nicht ungefährlich. Fazit, wie ihr seht, das ist nicht so einfach. Also es ist ein relativ kompliziertes Thema. Und die LFP-Zellen sind tatsächlich etwas sicherer, da sie in dem Test zum Beispiel eine deutlich geringere Gasentwicklung hatten, niedrigere Temperaturen, wenn es denn mal zum thermischen Durchgehen kommt. Aber die Temperatur, wann es losgeht, unterscheidet sich tatsächlich gar nicht mal so stark. Und im Falle des Falles bedeutet das alles nicht, dass die zwangsweise sicher sind. Denn auch 300 bis 400 Grad können ziemlich schlimmen Brand verursachen. Und die Gase sind potenziell giftig, was schwere Schäden nach sich ziehen kann. Und im allerschlimmsten Fall auch Personenschäden, was wir natürlich alle nicht hoffen wollen. Deswegen gibt es nächste Woche noch ein neues Video, wo ich euch dann auch mal ein paar praktische Tipps unserer Community zeige, was den Selbstbau solcher Akkus angeht. Die können keine Ausbildung ersetzen, nicht das Wissen, was man dafür sowieso braucht, also Basiswissen. Aber es kann noch mal ein bisschen sensibilisieren und aufklären. Denn hier kann man wirklich jede Menge Fehler machen, die im Zweifel sehr gefährlich sein können. Und das Sicherste ist es, wenn ihr es im Zweifel auch einfach lasst. Also wenn ihr vielleicht nicht das entsprechende Wissen habt, dann lasst es lieber sein. Das könnt ihr aber auch bei uns im Forum erfragen. Also im Zweifel fragt lieber nach, setzt euch mit der Community zusammen und fragt, macht das bei mir Sinn, ja oder nein? Und wie gefährlich ist das denn eigentlich? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.